In diesem Review vergleichen wir das Logitech G923 Wheel mit Fanatech's Gran Turismo Pro. Ziel dieses Vergleichs ist es herauszufinden, ob sich der Aufpreis zu Fanatech für dich lohnt oder du mit Logitech besser bedient bist. Leg die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnte Disclaimer. Das Logitech G923 habe ich selbst gekauft und beim Gran Turismo Pro handelt es sich um ein Testmuster für den Langzeitbetrieb. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Hersteller. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug Das Fanatech Gran Turismo DD Pro ist über die Fanatech Homepage um knapp 700 Euro inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Versand bestellbar. Stand Februar 2022 ist die DD Pro ausschließlich als Komplettpaket bestehend aus Wheelbase, sprich Lenkradbasis, Lenkrad und Pedale erhältlich. Wann und zu welchem Preis es die DD Pro separat zu kaufen geben wird, das ist derzeit noch nicht bekannt. Bei Logitech liegt die UVP fürs Komplettpaket bestehend aus dem Lenkrad, den Pedalen, bei 3,99 Euro und ist Stand heute um rund 350 Euro bei diversen Resellern erhältlich. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2 dem Lieferumfang. Bei Fanatech handelt es sich wie üblich um ein modulares System, bei welchem das Lenkrad nicht fix mit der Lenkradbasis, sprich der Wheelbase, verschraubt ist. Im Lieferumfang enthalten ist die Fanatech CSL DD Pro Wheelbase, ein 90 Watt Netzteil, 4 Nutensteine für die Montage, die Tischklemme, ein USB-Kabel und die Kurzanleitung in unterschiedlichen Sprachen. Das Fanatech Bundle beinhaltet das Lenkrad des Gran Turismo DD Pro sowie das CSL 2-Weg Pedalset samt Anschlusskabel, Abstandshalter und Werkzeug. Logitech verschraubt das Lenkrad immer fix mit der Lenkradbasis. Ein Lenkradtausch ist im Gegensatz zu Fanatech von Werk aus nicht möglich. Logitech versendet das G923 Wheel, welches wie gerade erwähnt ein Paket aus Wheelbase und Lenkrad ist, 3 Wegepedale und ein Netzteil. Das USB-Kabel ist bei Logitech fix mit der Wheelbase verbunden. Die Ware ist bei beiden Anbietern sauber in Retail-Verpackungen verstaut und wird in einem Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3. Das sind die Upgrade-Möglichkeiten und die Preise. Bei Fanatech könnt ihr unterschiedliche Komplettangebote ordern oder die Gran Turismo DD Pro im Nachhinein erweitern. Viele dieser Ergänzungen habe ich bereits im Zuge der CSL DD Reviews vor ein paar Monaten vorgestellt. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt diese bei Bedarf nach. Beim Fanatech Gran Turismo DD Pro Bundle um knapp 700 Euro ist ein Zweiwege-Pedalset bestehend aus Bremse und Gas beigepackt. Und über das optional erhältliche CSL Paddles Clutch Kit kann das Kupplungspedal dann nachgekauft werden. Dieses Pedal erweitert somit das Zweiwege-Pedalset um ein drittes Pedal und kostet dann knapp 40 Euro. Beim CSL Pedale Review habe ich euch das CSL Pedale Tuning Kit vorgestellt, welches knapp 35 Euro kostet und durch die Pedalplatten aus Kunststoff durch solche aus Metall ersetzt. Eine weitere Upgrade-Möglichkeit ist das beim Premium Bundle beigepackte CSL Paddles Low-Cell Kit für knapp 140 Euro. Dieses habe ich bereits vor ein paar Wochen reviewt und mit dem Clubsport V3 Pedalen verglichen. An diesen Ausführungen erkennt ihr bereits, dass es bei Fanatech zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten gibt und ihr euch zuerst informieren und orientieren müsst. Bei Logitech gelingt diese Entscheidungsfindung wesentlich schneller. Du musst lediglich entscheiden, auf welcher Konsole du kompatibel sein möchtest und ob du die Schaltung zum UVP von knapp 60 Euro dazunimmst oder nicht. Weitere Möglichkeiten der Erweiterungen gibt es bei Logitech nicht. Ausnahme sind klarerweise Drittanbieterlösungen. So machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardwarekompatibilität ist die DD Pro mit Fanatech Podium, Clubsport und CSL Lenkrädern kompatibel. Ich habe meine Tests mit dem beigepackten Gran Turismo Wheel und dem Clubsport BMW M3, Clubsport Formula Carbon, CSL Elite, McLaren GT3, CSL Elite WRC und dem Clubsport Formula V2.5X durchgeführt. Wie sich diese unterschiedlichen Wheels in Kombination mit der CSL DD Pro verhalten, das könnt ihr im extrem ausführlichen Einzeltest der Gran Turismo DD Pro angucken. Ich hänge euch den Link oben rechts mit rein, klickt da bei Bedarf einfach rein. Bei Logitech werdet ihr nicht vor die Wahl des Lenkrads gestellt, da dieses wie bereits erwähnt fix mit der Wheelbase mit der Lenkradaufnahme verschraubt ist. Trittanbieter wie Arcelit bieten euch lediglich Lenkradaufsätze, die ihr montieren könnt, wenn ihr den Schraubenzieher ansetzt. Dieses Prinzip habe ich euch damals mit einem Thrustmaster TGT vorgestellt. In Sachen Fanatech sind die gängigen Fanatech Pedale Clubsport Shifter und die Handbremse kompatibel und können direkt an der Fanatech Wheelbase angesteckt werden. Logitech Pedale könnt ihr beispielsweise nicht an einer Fanatech Wheelbase anstecken und umgekehrt. Die Kompatibilität mit der Montage am Rig wird über das übliche Fanatech Lochbild gewährleistet, welches die meisten Hersteller der Rigs vorgesehen haben. Ein Rig ist nichts anderes als ein Gestell, an welchem ihr Simracing Hardware montieren könnt, um euer Hobby realitätsgetreuer abbilden zu können, als dies am Schreibtisch möglich ist. Klickt in meinem Kanal wiederum auf Videos und hierzu findet ihr viele unterschiedliche Lösungen diverser Hersteller in unterschiedlichen Preisbereichen. Bei Fanatech kommen für die Rig Montage beigepackte Nutensteine zum Einsatz, die ihr dann von unten verschrauben könnt. Die dafür benötigten M6 Schrauben müsst ihr entsprechend eurer Rig Voraussetzungen in der passenden Länge selbst besorgen. In meinem Fall habe ich die Montage mit meinem R-Sit P1 Rig und dem Next Level Racing Wheel Stand bewerkstelligt und habe dafür M6 Inbus Schrauben mit 20mm Länge benötigt. Achtet bei eurer Montage unbedingt auf die passende Schraubenlänge. Mit der optional erhältlichen Fanatech Tischklemme kann die CSL DD am Schreibtisch befestigt werden. Diese ist in diesem Bundle gleich mit dabei. Das Logitech G923 montiert ihr mit zwei M6 Schrauben von der Unterseite direkt am Rig oder mit der integrierten Lösung mit diesen zwei Schrauben direkt in der Wheelbase am Tisch. Bei der Rig Montage bringt nahezu jedes erhältliche Rig das Zweilochbild von Logitech mit. Ihr müsst also nicht im Nachhinein die Bohrmaschine auspacken, um Logitech irgendwo montieren zu können. Kapitel Nummer 5 Kompatibilität Plattform und Software Das Fanatech DD Pro ist uneingeschränkt mit PC, Playstation 4 und Playstation 5 kompatibel, wenn der Spiele Support gegeben ist. Xbox Kompatibilität ist dann gegeben, wenn du einen Xbox zertifizierten Lenkradaufsatz von Fanatech verwendest. Bei Fanatech gibt es die Grundregel, dass in Sachen Playstation Support immer die eingesetzte Wheelbase entscheidet. Ob dies dann läuft oder eben nicht. Achtet als Playstation Nutzer unbedingt darauf, dass die Playstation Zertifizierung gegeben ist, so wie bei diesem Bundle. Wenn du mit Xbox und Fanatech unterwegs sein willst, dann benötigst du ein Xbox zertifiziertes Lenkrad. Welche Wheelbase du dabei dann verwendest, ist in Sachen Xbox Support bei Fanatech unerheblich. Zusammengefasst bist du mit dem hier vorgestellten Bundle Playstation und PC kompatibel und wenn du auch noch Xbox nutzen möchtest, dann musst du ein Xbox zertifiziertes Lenkrad dazu kaufen. Bei Logitech müsst ihr euch vor dem Kauf entscheiden, welche Konsole ihr nutzen wollt. Entweder nehmt ihr das G923 mit Xbox oder eben mit Playstation Zertifizierung. Achtet darauf unbedingt beim Kauf. Wollt ihr mit Logitech beide Systeme Xbox und Playstation nützen, dann müsst ihr zwangsweise zwei Komplettpakete kaufen. In Sachen PC sind alle G923 Modelle kompatibel. Beachtet beim Konsoleneinsatz mit Fanatech, dass LEDs und Displayanzeige nicht immer in vollem Umfang unterstützt werden oder sogar dunkel bleiben können. Bei Kompatibilitätsproblemen kann die Fanatech Wheelbase für den Betrieb am PC in den CSW V2.5 und einer Konsole in den Playstation Kompatibilitätsmodus gesetzt werden. Damit sollten dann die meisten gängigen Rennspiele unterstützt werden. Bist du mit Fanatech an Xbox unterwegs, bleiben Display und LED dunkel. Diesen Fakt müsst ihr im Hinterkopf behalten. Fanatech schreibt zwar auf deren Homepage, dass sich Microsoft in Sachen Support öffnen möchte, wann dies aber Wirklichkeit wird, das sei dahingestellt. Mit Sony Playstation sieht es in Sachen Implementierung der Fanatech LEDs und Displays wesentlich besser aus. Kapitel 6 Fanatech die Power Fanatech's Gran Turismo DD Pro bringt 5 Nm Drehmoment an die Achse. Verglichen damit liegt Logitech bei etwa der Hälfte und ich habe um die 2,5 Nm Drehmoment beim G923 rausgemessen. Fanatech bietet für Gran Turismo Pro das optional erhältliche Boost Kit 180 an, welches das Drehmoment auf 8 Nm deutlich anhebt, verglichen mit der Basisversion. Dieses Boost Kit könnt ihr gleich im 850 Euro teuren Gran Turismo DD Pro 8 Nm Bundle mitkaufen oder später separat um 150 Euro nachbestellen. Bei Logitech seid ihr mit dem bereitgestellten Drehmoment von rund um 2,5 Nm limitiert. Weiter geht's mit Kapitel 7, das ist die Technik. Direct Drive Wheelbases wie das hier vorgestellte Fanatech Gran Turismo Pro unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad und Riemenkonstruktionen ausgeführt wurde. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei an ein Lenkrad übertragen zu können, so wie dies auch im echten, im realen Motorsport der Fall ist. Die Positionsübermittlung erfolgt durch einen kontaktlosen Haulsensor. Das maximal bereitgestellte Drehmoment, der DD Pro in der Basisversion beträgt, wie eben erwähnt, um die 5 Nm. Vor einigen Monaten habe ich ein Review hochgeladen, in welchem ich auf Kräfteverhältnisse diverser Produkte, diverser Wheelbases genauestens eingegangen bin. Klickt bei Bedarf wiederum oben rechts den Link, um bei Interesse reinzugucken. Logitech verbaut seit Beginn an reine Zahnradlösungen, bei welcher ein kleiner Elektromotor über die Achse direkt an einer Zahnradstange seine Arbeit verrichtet. Dies war schon bei G25, 27, 29, 29 der Fall und auch beim G23 hat sich in Sachen Technik hierbei absolut nichts geändert. Die Kühlung erfolgt bei Logitech und Fanatech passiv und somit ohne Lüfter. Kapitel Nummer 8, die Abmessungen. Die Fanatech Wheelbase ist ca. 16 cm breit und 16 cm hoch. Die Tiefe beträgt 14,5 cm bzw. 23,5 cm inklusive der Lenkradachse. Und das Gewicht der Fanatech Wheelbase liegt bei 5040 Gramm. Der Quick Release ist die Lenkradachse, die vorderseitig aus der Fanatech Wheelbase heraus steht. Auf diesem werden die Lenkräder dann angesteckt. Die Nuten für die Befestigung der Fanatech Wheelbase am Rig basieren auf Nut 8 und sind an den Seiten mit 7 cm Nutabstand eingelassen. Unterseitig sind 3 Nuten mit je 4 cm vorgesehen. Das G923 Gehäuse ist 27 cm breit, 17 cm tief und um die 15 cm hoch. Mit knapp 3 kg ist das G923 deutlich leichter, wenn man bedenkt, dass auch das fix verschraubte Lenkrad berücksichtigt werden muss. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, das ist die Ausstattung der Wheelbase. Bei Fanatech sind frontseitig 4 M6 Gewinde mit einer Tiefe von knapp 20 mm eingelassen. Diese sind für die Anbringung von Peripherie, aber nicht für die Rigmontage vorgesehen. Rechts unten ist bei Fanatech der Einschalt- bzw. Umschaltbutton verbaut. Kurz gedrückt halten schaltet die Wheelbase ein. Die rote LED signalisiert den Betriebszustand PC, gelb den PC-Kompatibilitätsmodus, blau den Playstation und violett den Playstation 4-Kompatibilitätsmodus. Und die grüne LED bedeutet Xbox-Modus. Mit einem kurzen Drücken schaltet ihr durch diese Mode durch. Hältst du diesen Button 3 Sekunden lang gedrückt, dann schaltet sich die Wheelbase aus. Auf der Rückseite sind die Strombuchse, ein USB-Anschluss und die Peripherie-Anschlüsse für Shifter 1, 2, Pedale und Handbrake verbaut. Bei Logitech liegen alle Anschlüsse unterseitig. Dort werden Pedale, der optional erhältliche Shifter und das Netzteil angeschlossen. Der USB-Anschluss ist bei Logitech fix verkabelt. Ansonsten gibt es keine weiteren Anschlüsse oder Schalter oder Knöpfe am Logitech G923 an der Wheelbase. Kapitel Nummer 10, die Abmessungen. Das DD Pro Lenkrad bringt 1040 Gramm auf die Waage, wenn der originale QR-Lite aus Kunststoff verbaut ist. Fanatec bietet optional einen Quick Release aus Metall an, mit welchem dieses Lenkrad umgebaut werden kann. Das Logitech Lenkrad kann ich an dieser Stelle nicht separat abwiegen, da dieses wie bereits erwähnt fix mit der Wheelbase verbunden ist. Mit 28 cm Lenkraddurchmesser handelt es sich bei beiden um ein kompaktes Wheel. Die Buttons lösen bei um die 200 Gramm bei beiden Mitbewerbern sehr leichtgängig aus. Mit ca. 750 Gramm ist das Auslösefeedback der farbig umrahmten Fanatec Richtungsschalter deutlich kräftiger. Die Schaltmechanik löst ebenso bei beiden mit um die 500 Gramm eher leicht aus und bleibt mit um die 67-68 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung absolut wohnzimmertauglich. Die Fanatec Schaltpaddles aus Kunststoff sind 60 x 50 mm breit und 6 mm dick. In der Ausgangsstellung beträgt der Abstand zum Rim um die 25 mm und 19 mm in der Endlage. Der Schaltweg beträgt demnach um die 6 mm. Die Logitech Paddles aus Metall sind 110 mm breit und 2 mm dick. Kapitel Nummer 10 Ausstattungen des Lenkrads Das Fanatec DD Pro Wheel bietet ein Gran Turismo optimiertes Layout mit zahlreichen Eingabemöglichkeiten. Elf Buttons können gedrückt und die 5 Wege Richtungsschalter zusätzlich nach links, rechts, oben und nach unten bewegt werden. Der Playstation Pairing Button befindet sich unten mittig. Beim Display handelt es sich um ein 1 Zoll kleines OLED mit weißer Farbgebung, über welche Telemetriedaten bzw. das Fanatec Tuning Menü angezeigt werden kann. Darüber ist ein 7 cm breiter Rev-LED Streifen mit gelben, roten und blauen LEDs eingelassen. Logitech spendiert dem G923 Lenkrad ebenso einen LED Streifen. Auf ein Display muss aber verzichtet werden. Ansonsten wird das vom Controller gewohnte Button Layout ans Lenkrad gebracht. Zusammengezählt bietet das G923 Elf Buttons ein 4 Wege und 2 Wege Pad und den Return Button, welcher mit einem Drehrad eingefasst wird. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 11. Das sind die Abmessungen und Technik der Pedale. Die Position der Fanatec Pedale wird über Hallsensoren ermittelt. Bei dieser Technologie kommt Strom und Magnetfeld zum Einsatz, um die Position berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. Bei Logitech wird die Position der Pedale über einen Potentiometer bestimmt. Beim Potentiometer ist das Pedal über eine Mechanik mit dem Potentiometer verbunden und je nach Stellung des Pedals verändert sich im Potentiometer der elektrische Widerstand. Über dieses technische Prinzip wird die Pedalstellung ermittelt und ausgegeben. In der Ausgangslage liegen bei beiden Pedalen um die 60 Grad und in der Endanlage 40 Grad Anstellwinkel an. Die Pedalkräfte betragen bei Fanatec gut 1,5 Kilogramm beim Gaspedal und ca. 11 Kilogramm an der Bremse und werden über Federn als Widerstände erzeugt. Bei der Bremse wurde ein weicher Kunststoffpuffer verbaut, um einen progressiven Widerstand hin zur Endanlage zu erzielen. Logitechs Bremspedal liegt ebenso bei 10-12 Kilogramm in Richtung Endlage. Das Gaspedal bei rund 2 Kilogramm und die Kupplung bei Logitech um die 6 Kilogramm. In mittlerer Position der Pedalplatten ist die Höhe von Fußablage bis zur Oberkante der Pedalplatte 205 Millimeter bei den Fanatec Pedalen. Die G923 Pedale sind mit 160 Millimeter deutlich niedriger. Die Fußablage ist bei Fanatec 360 Millimeter beim G923 300 Millimeter breit. Für die Fußablage stehen bei Fanatec 120 Millimeter Tiefe, bei Logitech 150 Millimeter Tiefe zur Verfügung. Die Gesamttiefe des Fanatec Pedalsets beträgt 340, die Gesamthöhe 225 Millimeter. Logitech baut mit 400 Millimeter nochmal etwas tiefer und insgesamt 170 Millimeter hoch. Die Fußablagen Pedalarme wurden bei Fanatec aus 2,5 Millimeter dicken bzw. 1,5 Millimeter dicken Metall gefertigt. Die G923 Fußablage bzw. das komplette Pedalgehäuse ist aus Kunststoff. Die Pedalarme sind 1,5 Millimeter dicke U-Profile aus Metall. Für die Fanatec Pedalplatten kommt im Originalzustand Kunststoff zum Einsatz. Und beim optional erhältlichen CSL Pedals Tuning Kit, welches um die 35 Euro kostet, handelt es sich dann um 3 Millimeter dickes Metall. Das Bremspedal bei Fanatec ist 70 Millimeter breit und 120 Millimeter lang. Das Gaspedal hat eine Breite von 50 Millimeter. Logitech bietet von Haus aus 3 Millimeter dicke Pedalplatten aus Metall, die mit 50 bis 60 Millimeter Breite und 90 bis 100 Millimeter Länge sehr ähnlich ausgeführt sind. Das Fanatec Gaspedal besitzt drei Anschlüsse. An dem Brake- und Klatschanschluss werden Bremse und Kupplung angeschlossen. Und über den Wheelbase-Anschluss wird das Pedalset direkt mit der Wheelbase verbunden. Bei Logitech handelt es sich um eine fix verschraubte und verkabelte Fertiglösung. In Sachen Hardware-Kompatibilität am Rig ist die Montage bei Fanatec über die knapp 8,5 Millimeter großen Löcher in den jeweiligen Pedalen möglich. Zusätzlich können die Pedale unter Verwendung der beigelegten Distanzbuchsen über die zwei M6 Innengewindebolzen an der Unterseite der Pedalplatte verbaut werden. Logitech bietet sechs in die Pedalunterseite eingebrachte Gewinde, über welche die Pedale dann mit einem Rig verschraubt werden können. Die Fanatec-Pedale werden mit je vier Schrauben mit der Fußplatte verbunden. In der Fußplatte sind elf Lochreihen mit je 32,5 Millimeter Abstand vorhanden. Somit können die Pedalabstände bei Fanatec nach eigenen Präferenzen angepasst werden und beispielsweise die Kupplung in die Mitte und die Bremse ganz nach links gesetzt werden. Im Originalzustand ist das Gas ganz rechts und die Bremse ganz links montiert und in diesem Fall beträgt der Pedalplattenabstand Mitte auf Mitte gemessen um die 260 Millimeter. Bei Logitech ist die Pedalposition von Werk aus vorgegeben. Der Pedalplattenabstand Mitte auf Mitte gemessen beträgt zwischen Kupplung und Bremse 90, zwischen Bremse und Gas um die 120 Millimeter. Das Fanatec-Zwei-Wege-Pedalset ist bereits verkabelt und muss mit dem beigelegten Verbindungskabel an der DD Pro Wheelbase am Pedalanschluss verbunden werden. Beim G923 werden die Pedale an der Unterseite der Wheelbase beim Pedalanschluss angesteckt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 12, der Quick Release. Über den Quick Release wird die Wheelbase mit dem Lenkrad verbunden. In diesem Kapitel sprechen wir ausschließlich von Fanatec, da Logitech keinen Lenkradwechsel vorsieht und das Lenkrad sowie die Wheelbase fix miteinander verschraubt sind. Bei Fanatec hat die Lenkradaufnahme gut 38 Millimeter Durchmesser und ist in der Aufnahme 36 Millimeter lang. Der Quick Release ist mit einem USB-C Stecker mit der Wheelbase innenseitig verbunden und sitzt in einer Kunststoffhülse mit 30 Millimeter Durchmesser. Diese wird in einer geschlitzten Stelle aus Aluminium und einer M6 Inbusschraube geklemmt. Im Innenleben ist die Aufnahme für die Fanatec Pins, der Lenkräder. Das Fanatec Lenkrad ist mit einem Quick Release, einem QR, aus Kunststoff ausgestattet. Dieser wird aufgesteckt und über eine geschlitzte Hülse samt Überwurfmutter in die Lenkradaufnahme geklemmt. Innenseitig liegen dann die Pins, die für die Signalübertragung zwischen Wheelbase und Lenkrad zuständig sind. Alternativ kann bei Fanatec der Quick Release aus Metall nachgerüstet werden. Dieser unterscheidet sich in Sachen Materialqualität, Übertragung der Effekte und Mechanik sehr deutlich, kostet aber einen satten Aufpreis von knapp 100 Euro. Kapitel Nummer 13, Material, Haptik und Verarbeitung. Das Gehäuse der Fanatec Wheelbase besteht im Kern aus Aluminium und wird stirnseitig mit Kunststoffgehäuseteilen abgeschlossen. Der Quick Release der Wheelbase ist aus Metall ausgeführt. Beim DD Pro Lenkrad handelt es sich um den QR Lite aus Kunststoff. Dieser kann optional, wie eben erwähnt, durch den Clubsport QR aus Metall, den QR1, ersetzt werden. Logitech setzt auf ein Gehäuse aus Kunststoff. Die Zugänglichkeit zur Lenkradachse ist von Werk aus nicht vorgesehen. Das Aluminiumgehäuse der Fanatec Wheelbase ist schwarz eloxiert und die angebrachten Kunststoffteile sind etwas abgesetzt und fühlen sich zweckmäßig aber okay an. Das G923 Gehäuse ist üblicher Kunststoffstandard, so würde ich dies jetzt bezeichnen, ohne irgendwelche Besonderheiten. Die Stecker rasten bei Fanatec satt in die Buchsen ein und sitzen sehr ordentlich. Bei Logitech kommen mittlerweile sehr veraltete Anschlüsse zum Einsatz, die ihren Zweck aber solide erfüllen. Die abgerundeten Formen der DD Pro lassen die Base sehr kompakt erscheinen. Logitechs G923 wirkt dagegen etwas breiter. Beim Fanatec Lenkrad kommt durch die Bank Kunststoff zum Einsatz. Das Lenkrad ist mit Gummi überzogen und oberseitig ist ein blauer Einsatz angebracht. Logitech überzieht das Lenkrad mit Glattleder, welches teilweise perforiert wurde und setzt sich in Sachen Haptik beim Lenkradumwelten vom Fanatec Kunststoff ab. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 14, die Akustik. Es dringen bei Fanatec keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken möchte. Das hörbare Klackern, wenn man über die Curbs klettert oder durchs Gemüse oder bei anderen Effekten, das kommt dann zum Vorschein, wenn der Quick Release aus Metall im Einsatz ist. Dieses ist nicht hörbar, wenn Lenkräder mit dem Quick Release Light aus Kunststoff zum Einsatz kommen. Bei Logitech ist die Geräuschkulisse eine ganz andere. Ein teilweise sehr lautes Rattern ist die technische Begleiterscheinung eines Zahnradantriebes ohne jegliche Dämpfung. Auch wenn es kracht und rattert, müsst ihr euch bei Logitech keine Sorgen machen. Das gehört in dieser Preisklasse zum Geschäft und ist technisch gesehen ein nicht zu ändernder Fakt. Kapitel Nummer 15, die Optik. Fanatecs DD Pro Wheelbase wirkt optisch edel und unaufgeregt. Die Logitech Wheelbase bringt Rundungen und rückseitige Einbuchtungen mit sich. Das Branding mit dem Fanatec Schriftzug wurde an den beiden Seiten im Stil der Podium DD angebracht. Logitech setzt sehr dezent auf ein G an der Oberseite und zwei seitlich aufgedruckte Trueforce Schriftzüge. Rückseitig nimmt bei Fanatec das große F-Logo Platz. Die Fanatec Wheelbase wirkt optisch sehr kompakt und die Kühlrippen sehen sportlich aus. Logitech setzt auf eine runde Formgebung und wie immer ist dies alles subjektive Geschmackssache. Der Übergang vom Fanatec Metallgehäuse zu den stirnseitigen Kunststoffabdeckungen ist optisch gesehen nicht störend. Zusammengefasst bietet die Fanatec DD Pro Wheelbase einen wertigen Look im Understatement Design. Logitech wirkt mit dem durchgehenden Kunststoffgehäuse dagegen deutlich spartanischer. Beim Fanatec Lenkrad sticht der eindeutige Gran Turismo Look heraus. Hier gab es klare Designvorgaben seitens Sony bzw. Polyphony Digital. Das zentrale GT Logo sticht heraus und der Look aus Kunststoff ist omnipräsent. Die unterseitige angebrachte silberfärbige Applikation wirkt sehr aufgesetzt. Die Mittelstellungsmarkierung sehr minimalistisch. Beim Logitech Lenkrad hat sich in Sachen Design über die Jahre kaum etwas getan. Der Lenkradkranz aus Leder wirkt optisch gesehen deutlich edler. Die Positionierung der Eingabemöglichkeiten erinnert optisch gesehen irgendwie an den Controller der Playstift. Bei den Pedalen macht Fanatec in Sachen Gehäuse den edleren Eindruck, da eben aus Metall. Logitech hingegen zieht optisch in Sachen Pedalplatten aus Metall davon. Kapitel Nummer 16 das Tuning Menü. In diesem Kapitel können wir nur über Fanatec sprechen, da Logitech diese Option nicht im Portfolio hat. Über die Fanatec Homepage kannst du den Treiber herunterladen. Ich empfehle diesen Schritt immer, auch wenn du auf Konsole unterwegs bist. Somit kannst du deine Wheelbase und die Lenkräder mit den neuesten Updates versorgen und die Firmware aktualisieren. Dafür reicht auch ein Notebook oder ein sehr einfacher PC. Wie üblich können Parameter direkt im Spiel über das Fanatec Tuning Menü am Lenkrad angepasst werden. Die DD Pro bringt im Werkszustand ein vereinfachtes Tuning Menü mit. Was diese Parameter alle bedeuten und welchen Effekt sie haben, das habe ich in einem sehr ausführlichen Review dem Fanatec Tuning Menü vor ein paar Wochen erklärt. Gleiches gilt auch für die Software Fanalab, mit der du am PC diverse Einstellungen vornehmen kannst. Es zahlt sich aus, wenn du dich damit beschäftigen und tiefer in die Materie mit Fanatec einsteigen möchtest. Die Links findest du in meinem Kanal, wenn du auf Video klickst und etwas zurückscrollst. Das vereinfachte Tuning Menü der DD Pro bietet zwei Profile. Das A-Profil für Automatik sperrt manuelle Änderungen. Im C- bzw. Custom Profil können manuelle Änderungen vorgenommen werden. Drückt man den Tuning Menü Button 4 Sekunden lang, schaltet man zwischen dem vereinfachten Tuning Menü und dem erweiterten Tuning Menü hin und her. Drückst du den Button 6 Sekunden lang, werden manuelle Änderungen auf Werkszustand zurückgesetzt. Beachtet, dass manche Parameter nur dann verfügbar sind, wenn eine Bremse mit Load Cell zum Einsatz gebracht wird. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 17, das Hauptkapitel der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest habe ich mich diesmal überwiegend auf die Nutzung auf der Playstation konzentriert, da dies für die meisten von euch wohl den hauptsächlichen Einsatzzweck dieser Wheelbases darstellt. Bitte bedenkt bei meinen Ausführungen, dass ich zu 99% am PC unterwegs und kein Konsolenprofi bin, aber ich habe mich für euch bemüht, dies sachlich darzustellen. Ich war hauptsächlich mit Gran Turismo Sport unterwegs und ebenso mit Formula 1 2020-2021. Das sind die Konsolenspiele, die ich üblicherweise für meine Tests für euch an der Konsole verwende und vor längerer Zeit gekauft habe. Assetto Corsa Competizione habe ich für dieses Review dazu gekauft und zusätzlich habe ich mir ein PS Now Abo geholt, um auch andere Rennspiele für euch testen zu können. Vielen Dank für den Support meiner Patreons und Paypal Spender. Euer Geld wird in meinem Kanal immer zweckgebunden und verwendet, damit ich Dinge für euch reviewen kann, die ich mir sonst üblicherweise nicht kaufen würde. Bei meinen Rennstreckentests am PC handelt es sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem gut kenne und die ihr auch aus meinen bisherigen Tests so kennt. Ich nutze zwar so gut wie alle Anwendungen, von Arcade bis Hardcore Simulationen, aber bei jedem Wheelbase-Test kommt bei mir Air Factor 2 und Assetto Corsa zum Einsatz und in letzter Zeit immer öfter auch Race Room, da sich diese Simulation im Laufe der Zeit eigentlich zu meiner Lieblingssimulation beim Simracing entwickelt hat. Auf Playstation war ich an einem Next Level Racing Wheel Stand via Beamer unterwegs. Am PC bin ich immer via HP Reverb VR-Brille am Start. Meine Wheelbases werden an einem R-Seed P1 Rig verbaut und die Motion, das ist diese Bewegung, die wird von Simracing SR2 umgesetzt. Als Sitz verwende ich einen R-Seed Alcantara und als Shifter verwende ich an meinem Hauptrig den TSS von Trustmaster und den Fanatec Shifter, sowie die Aeolox und Fanatec Handbremse. Als Pedale kommen in diesem Test die bei diesen Wandels beigepackten Pedale zum Einsatz. Beim Konsolentest lieferte Gran Turismo und Formula 1 mit der Fanatec Gran Turismo Pro ein solides Force-Feedback-Verhalten ab. Die Effekte waren präzise und gut rauszuspüren. Jedoch mit den Lenkrädern mit Quick Release aus Metall nochmal direkter. Hierbei gibt es den ersten großen, riesengroßen Unterschied zur Logitech. Beim G923 werden zwar ebenso Effekte simuliert, kommen aber sehr undifferenziert am Lenkrad an. Bodenunebenheiten werden mit einem harten Klackern wiedergegeben. Ein exaktes Feedback ist aber aufgrund der sehr vereinfachten und veralteten Zahnradmechanik nicht mehr möglich. In diesem Punkt spielt Fanatec mit Direct Drive das volle Potenzial aus. Selbst feine Effekte der Strecke werden adäquat simuliert. Das Force-Feedback ist dabei ungleich smoother und direkter. Und auch die Power der Fanatec Wheelbase ist deutlich stärker vernehmbar. In Sachen Display und LED war der Support bei Fanatec zufriedenstellend. Bei Logitech gibt es in Sachen LED-Support an der Playstation üblicherweise gar keine Einschränkungen. Die gängigen Spiele leisten sich hierbei keine Aussätze. Dass gerade Gran Turismo als Basis der Fanatec Wheelbase-Zertifizierung nicht den vollen Umfang der LEDs bei anderen Lenkrädern zu Release unterstützt hat, das war in meinen Augen ein schlechter Scherz. Glücklicherweise wurde dieser Umstand bereits behoben. Wenn noch nicht erledigt, dann spielt unbedingt die neueste Firmware auf eure Fanatec Wheelbase drauf, dann wird dies, wie damals erwähnt, jetzt funktionieren. Der Wechsel von Lenkrädern gelingt bei Fanatec Ingame direkt im Spiel problemlos. Eine Möglichkeit, die mit Logitech so nicht realisiert werden kann. Alle Fanatec Wheels bis ca. 30 cm Durchmesser würde ich für die DD Pro mit 5 Nm in der Basisversion freigeben. Darüber hinaus wird es dann träge und zäh und mein altes BMW Wheel mit über 2 kg bringt ihr 5 Nm gedrosselte Basisversion der DD Pro Wheelbase an seine Grenzen bzw. darüber. Mit dem kürzlich reviewten, gewichtsmäßig deutlich abgespeckten BMW Wheel in der V2 Version läuft es diesbezüglich in Sachen Agilität nun deutlich besser. Bezüglich Erreichbarkeit und Ergonomie ist das Fanatec DD Pro Lenkrad super aufgestellt. Ich kenne kein anderes rundes Lenkrad, bei welchem ich alleine durch die 4 Stück 5-Wegeschalter 20 Button-Eingaben belegen kann, ohne die Hand vom Lenkrad nehmen zu müssen. Logitech bringt mit dem üppig ausgestatteten Lenkrad ebenso eine gute Ergonomie und gute Erreichbarkeit der Bedienelemente mit. Gleichzeitig fühlt sich das Logitech Lenkrad durch den feinen Glattlederbezug im Rennbetrieb super an. Im Gegensatz dazu fällt das Fanatec Lenkrad durch den durchgehenden Kunststoffeinsatz haptisch gesehen sehr deutlich ab, bleibt aber auf der Rennstrecke sehr griffig. Wollt ihr bei Fanatec alternative Lenkradüberzüge aus Leder oder Alcantara, müsst ihr ein Lenkrad dazu kaufen. Das Drehzahlband des Fanatec DD Pro Wheel ist gut in Szene gesetzt und das Display ist gut ablesbar. Die Logitech LEDs sind deutlich kleiner und das Timing des nächsten Schaltvorgangs über die Signale somit etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Die Schaltmechanik bei Fanatec ist in der Endlage deutlich knackiger. Das G923 Wheel ist haptisch gesehen in der Endlage der Schaltmechanik viel schwammiger. Roastshifting war während meiner Testläufe bei beiden Modellen nicht vorhanden. Genauso problemlos verliefen meine Tests hinsichtlich Stabilität in Sachen Treiber und Force-Feedback übermitteln. Die Geräuschkulisse ist bei Fanatec als ruhig, bei Logitech als laut und sehr martialisch zu beurteilen. Bezüglich Pedale passen diese zum Gesamtkonzept dazu. Hier gibt es bei beiden Vor- und Nachteile, die wir im Technik Kapitel bereits ausführlich erwähnt haben. Die Kalibrierung der Pedale passt ebenso gut, die Performance auf der Rennstrecke genauso. Für mich in diesem Test sehr deutlich wahrnehmbar war der Unterschied der Force-Feedback-Performance zwischen Konsole und PC. Wo die Konsole aus der DD Pro schon einiges in Sachen Präzision herausholt, da setzt die Nutzung am PC mit einschlägigen Simulationen nochmal spürbar etwas drauf. In Sachen G923 PC-Nutzung fällt dieser Umstand Wechsel von Konsole auf PC kaum auf. Hier fehlen die technischen Möglichkeiten, um den Detailreichtum diverser PC-Simulationen herausarbeiten und erleben zu können. Kapitel Nummer 18, die Lenkradwahl. Bei Logitech bist du auf Lenkradaufsätze von Drittanbietern angewiesen. Hierbei muss der Schraubenzieher ran. Ein Schnellwechsel wie bei Fanatec ist damit nicht möglich. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich habe euch einmal eine Lösung von Azelit vorgestellt, die ich an meinem Thrustmaster TGT reviewt habe. Vom Prinzip her läuft dies gleich wie beim G923. Man schraubt das Lenkrad von der Lenkradplatine ab und ersetzt dieses dann durch einen beliebigen Aufsatz, zum Beispiel im Formula Style. Bei Fanatec sieht es dahingegen ganz anders aus. Da ihr aus einem riesigen Ökosystem wählen und das Lenkrad in Sekundenschnelle direkt im Spiel tauschen könnt. Die Wahl des Lenkrads entscheidet, wie viel Power einer Wheelbase dann am Lenkradkranz ankommt. Dies gilt bei jeder Wheelbase, da hierbei einfache physikalische Gesetze zum Tragen kommen. In Sachen Power spielt das Gewicht hinsichtlich der Trägheit des Lenkrads eine große Rolle. Der zweite Aspekt ist immer der Lenkraddurchmesser. Hier kommt das Hebelgesetz zum Tragen. Je größer der Lenkraddurchmesser, desto größer ist der Hebelweg zur Lenkradachse vom Rim. Somit bleibt am Rim weniger Kraft übrig, um dem Drehmoment der Wheelbase entgegenzuwirken, wenn du einen großen Lenkraddurchmesser am Start hast. In diesem Punkt gilt es die Bahnbreite bei Fanatec von bis zu 5 Nm unbedingt zu berücksichtigen. Einen guten Mix aus Lenkradgröße und Gewicht bietet in meinen Augen das sehr leichte CSL Elite WRC Lenkrad. Durch das geringe Gewicht bleibt dies agil und der Lenkraddurchmesser lässt von den 5 Nm an der Achse ein noch leicht spürbares Force Feedback übrig. Das Club Sport Formula Carbon bringt einen kleineren Durchmesser mit, genauso wie das V2.5X oder das erst kürzlich reviewte eSports Lenkrad. Fühlt sich exakt und agil an und profitiert vom Quick Release aus Metall. Das McLaren Wheel stellt ebenso eine Empfehlung dar. Den Durchmesser von 30 cm würde ich als Maximum für eine Wheelbase mit 5 Nm beurteilen. Hier wird dann eben so ein altes schweres BMW Lenkrad mit über 2 kg deutlich zu schwer. Der V2 Nachfolger mit 1,6 kg geht dabei gerade noch so in Ordnung. Am Lenkrad bleibt bei einem großen Durchmesser spürbar weniger Kraft übrig, da der Hebelweg zu groß ist. Und so würde es bei Logitech keinen Sinn machen mit 2,5 Nm Drehmoment ein großes Lenkrad zu montieren. Willst du auf große Lenkräder setzen und deutlich mehr Power spüren? Dann solltest du im Hinterkopf das Boost Kit 180 bei Fanatec budgetieren. Der Unterschied zwischen 5 und 8 Nm klingt auf dem Papier nicht spektakulär, ist im Rennsatz aber eine völlig andere Liga, eigentlich schon eine andere Dimension. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, positive Aspekte, sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 19 die Nachteile. Lasst uns mit dem größten negativen Aspekt bei Fanatec beginnen. Der mit Kunststoff überzogene Lenkradkranz passt nicht zum übrigen Gesamtkonzept. Im Vergleich mit Logitech zieht Fanatec hierbei klar den Kürzeren und das tut bei einem Bundle mit edler Direct Drive Wheelbase in diesem Preisbereich einfach nur weh. Ebenso schmerzt das fehlende dritte Pedal, welches zwar optional erhältlich ist, aber wiederum Mehrkosten nach sich zieht. Die anderen negativen Aspekte fallen bei Fanatec weniger schwer ins Gewicht. Ich würde die Nutensteine durch solche mit Kugel und Federn ersetzen. Diese bleiben in Position, auch wenn du die Wheelbase etwas schief hältst, wenn diese am Rig montiert wird. Ein weiterer negativer Aspekt ist die Lenkradachse, die ich mir bei der CSL Pro im Podium Design gewünscht hätte. Bei einem Direct Drive Wheel soll die Übertragung von Motor zu Lenkrad möglichst spielfrei gehalten sein, um möglichst alle Effekte super transportieren zu können. Hier wäre der Gummiring, welcher durch eine Überwurfmutter in die Lenkradaufnahme gequetscht wird, ein guter Ansatz. Dieser macht bei Podium DD zwar keinen super perfekten Job, aber diesen hätte ich bei DD Pro genauso wie bei CSL DD gerne mitgenommen. Auf der anderen Seite spielt dies bei dem von mir reviewten DD Pro Bundle beim Einsatz mit dem Gran Turismo Lenkrad keine Rolle. Der QR-Light aus Kunststoff wird ordentlich auf die Narbe gequetscht und die Verbindung arbeitet möglichst spielfrei, insoweit dies eine Aufnahme aus Kunststoff eben gewährleisten kann. Logitech bringt mit dem G923 als größten negativen Aspekt eine sehr gewöhnungsbedürftige Geräuschkulisse mit. Wenn ihr das Lenkrad in einer ruhigen Umgebung betreiben wollt, kann dies Ärger mit deinen Mitbewohnern geben. Das Rattern und Krachen des Logitech Antriebs wird auch bei nächtlichem Einsatz in hellhörigen Wohnungen zum absoluten spießroten Lauf. An dieser Stelle muss man festhalten, dass Logitech seit einem Jahrzehnt keinen Finger rührt. In Sachen Technik zumindest in Richtung Zahnrad-Riementechnologie abzugraden. Klar würde dies Mehrkosten nach sich ziehen, aber Thrustmaster bietet im selben Preisbereich einen deutlich präziseren, besseren und ruhigeren Antrieb an. Somit fällt diese Ausrede in diesem Punkt flach. Der zweite negative Aspekt liegt bei Logitech auf der Hand und das betrifft das Force-Feedback. Es fehlt an Klarheit und Differenzierung. Stumpfe Schläge und Rütteln ergeben ein schwammiges Feedback, das zeitgemäße Simracing-Anwendungen nicht im Ansatz perfekt simulieren lässt. Nächster negative Aspekt ist die qualitative Ausführung der Pedale. Diese erfüllen ihren Zweck, weisen aber Spiel im Betätigungsbereich auf und spätestens, wenn das Innenleben verstaubt ist, kann es mit den Potentiometern bei den Logitech-Pedalen Probleme geben. Ein weiterer negativer Aspekt beim G923 ist das geschlossene Konzept, welches einen werkseitigen Lenkradtausch nicht möglich macht. Auch in diesem Punkt gibt es keine preislichen Ausreden. Thrustmaster bietet mit dem T300 zum nahezu gleichen Preis die Möglichkeit des Lenkradtausches an. Beim Preis von rund 350 Euro tut sich das G923 unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten und einem sehr geringen Drehmoment von nur 2,5 Newtonmeter schwer und an dieser Stelle gibt es von meiner Seite einen Minuspunkt. Verglichen mit dem gebotenen sollte der Gesamtpreis des G923 keinesfalls die 300 Euro Marke überschreiten. Machen wir weiter mit Kapitel 21, das sind die positiven Aspekte. Für viele Käufer stellt das soeben erwähnte Preis-Leistungs-Verhältnis den wichtigsten Aspekt beim Kauf da. Knapp 700 Euro fürs Gebotene lassen in meinen Augen bei Fanatec nichts anderes als eine glasklare Kaufempfehlung für Fanatecs Gran Turismo Pro Bundle zu. Das Potenzial von Direct Drive macht Riemenantriebe zum ähnlichen Preis mittlerweile völlig obsolet. Die passive Kühlung bringt einen weiteren Vorteil mit sich und die Diskussion in Sachen Lüftergeräusche hat sich für immer und ewig erledigt. Nächster Vorteil ist die Kompatibilität mit dem riesigen Ökosystem von Fanatec. Nach wie vor sind selbst uralte Lenkräder der ersten Clubsport-Generation immer noch kompatibel. In Sachen Plattformen bietet Fanatec die eierlegende Wollmilchsau mit der DD Pro an. PC und Playstation Support, egal mit welchem Lenkradaufsatz und dazu gibt es die Möglichkeit auch auf Xbox unterwegs sein zu können, wenn ein Xbox-zertifiziertes Lenkrad oder ein Xbox-zertifizierter Hub zum Einsatz kommt. Mehr geht in meinen Augen nicht. Logitecs G923 punktet mit der Einfachheit des Ganzen. So gut wie jedes Rennspiel bietet Logitech Support und alles funktioniert Plug and Play. Trotz der sehr spartanischen Bauweise ist die Mechanik von Logitech über einen längeren Zeitraum solide, so zumindest meine Erfahrungen. Die Langzeitqualität stimmt bei Logitech im Regelfall. Die integrierte Tischbefestigung ist ein weiterer positiver Aspekt, welcher mit rund 2,5 Nm Drehmoment noch einwandfrei klarkommt. Und letzter positiver Aspekt ist eine üppige Ausstattung des Lenkrads und ein in dieser Klasse edelbezogener Lenkradkranz aus echtem Leder. Das fühlt sich für ein Komplettpaket der Einsteigerklasse ungewohnt edel an. Einfach super gemacht, seit Jahren von Logitech. Bei Fanatec bieten die Nutensteine sehr flexible Möglichkeiten und diese ins Kühlrippendesign zu integrieren, das ist in meinen Augen wirklich eine großartige Lösung. Die beigepackte Tischklemme macht auch einen soliden Job. Ebenso wenn das Boost Kit 180 bis 8 Nm Drehmoment zum Einsatz kommt. Das Fanatec Design ordne ich ebenso den positiven Aspekten zu, ist aber klarerweise eine rein subjektive Beurteilung. Ein weiterer objektiver Aspekt ist die geringe Baugröße bei Fanatec. Du kannst bei Bedarf deinen Monitor sehr nahe an dich heranziehen, da die Bautiefe der CSLDD sehr klein ist. Ein letzter positiver Aspekt bei Fanatec ist das Tuning Menü, welches komfortable Anpassungen direkt im Spiel erlaubt. Die Entscheidung ein vereinfachtes Tuning Menü mit einem Auto und Custom Preset anzubieten, die finde ich klug gewählt. In Sachen Lenkrad ist die üppige Ausstattung, gute Ergonomie und der große Einsatzbereich bei zugleich leichten Gewichten Prost zuzuordnen. Genauso wie beim Logitech G923 Wheel. Kapitel Nummer 22, das Fazit und die Kaufempfehlung. Du möchtest auf der Playstation tiefer in die Simracing Materie einsteigen und hast ein Budget im Preisbereich von 700 Euro beiseite. Dann führt am Gran Turismo DD Pro Bundle kein Weg vorbei. Du bezahlst zwar den doppelten Preis verglichen mit dem G923, das gebotene ist aber mehr als doppelt so gut. Die technischen Unterschiede sind dermaßen groß, dass das Force-Feedback-Verhalten eklatant unterschiedlich ausfällt. Um dies herauszufinden, musst du gar keine Simracing-Vorkenntnisse besitzen. Dies wird dir auf den ersten Metern auffallen. In diesem Punkt steht im Preisbereich von deutlich unter 1000 Euro für ein Komplettpaket aus Lenkrad, Pedalen und einer Direct Drive Wheelbase Fanatec allein auf weiter Flur da. Thrustmaster ist in diesem Preissegment mittlerweile weit abgeschlagen. An dieser Stelle kann ich nicht mehr zu einem Mittelding im Bereich von 400 bis 600 Euro für ein Gesamtpaket eines anderen Herstellers mit Riemenantrieb raten. Wenn dein Budget maximal 350 Euro beträgt, dann bietet Logitech mit dem G923 ein gutes Gesamtpaket für den Einsteiger, verfehlt die Preis-Leistungs-Empfehlung aber deutlich. Du bekommst derzeit um knapp 400 Euro ein Thrustmaster T300 Paket mit einem Dreiweg-Pedalset, welches den Aufpreis von 50 Euro zum G923 mehr als deutlich rechtfertigt. Mit einem T300 bist du in Sachen Antrieb, Power und Geräuschkulisse einem G923 weit überlegen und kannst sogar das Lenkrad wechseln. Der Abstand zu Fanatec Gran Turismo DD bleibt aber mehr als deutlich. Das musst du im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Wenn du sparen musst und auf Logitech setzen möchtest, dann greife lieber zum G29 bzw. G29. Diese gehen derzeit für rund 250, also 100 Euro günstiger über den Ladentisch. Die Technik ist absolut die gleiche verglichen mit dem G923 und das beim G923 hinzugekommene True Force Gimmick rechtfertigt den Aufpreis in keinem Fall, sondern ist in den wenig unterstützenden Spielen ein eher nervender, hochverquenter Vibrationseffekt, der drehzahlabhängig umgesetzt wird. Und auch im Preisbereich von 250 Euro tut sich Logitech mittlerweile irrsinnig schwer. Das vor einigen Monaten von mir reviewte Thrustmaster T248 liegt mittlerweile bei rund um 300 Euro und bietet in meinen Augen das bessere Gesamtpaket. Deutlich besser als G29 und eben auch besser als G923. Das soll es mit diesem sehr ausführlichen Review nun gewesen sein. Nun seid ihr im Zug. Postet in den Kommentaren mit rein, welches Lenkrad du besitzt, welches du dir anschaffen möchtest, ob du ein Logitech-Wheel, ein Thrustmaster-Wheel besitzt, eventuell upgraden möchtest oder doch nicht. All dies würde mich auf jeden Fall interessieren und so geht es weiter mit einem spannenden Ausblick. Direkt nach diesem Review geht es weiter mit einer neuen Direct Drive Wheelbase aus dem Hause Mosa Racing. Ich werde mich ausführlich mit diesem neuen Anbieter auseinandersetzen und das wie immer ausführliche Test Review wird folgen. Auf der To-Do-Liste stehen noch weitere Lenkrad-Tests und vieles mehr. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Dabeisein und vergesst nicht zu liken und lasse gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat und ich weiterhelfen konnte. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Stay tuned, euer Ron. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.